Hallo, guten Tag, liebe Freunde und liebe Kollegen. Ich bin der Cheftrainer von FC Grünland Shanghai Shenhua. Ich bin den Organisatoren der Konferenzen wie Markus und Jürgen Arbitz für die Anleitung sehr dankbar. Aber weil wir am letzten Sonntag den Pokal gewonnen haben, bin ich übertrieben beschäftigt. Deswegen kann ich nicht nach Köln kommen. Ich wünsche euch und der Konferenz guten Erfolger. Danke.